Marco ist auf einem sehr hohen körperlichen Niveau und trainiert hat, durchgehend trainiert hat. Und natürlich... Ich hab alle Krawatte probiert. Und danach waren sie der Meinung, ich wär nur ein Assi der Gamer die Fassung verliert. Die andere Frage, ich passe zu dir, kann es sich überhaupt artikulieren? Um mich über Wasser zu halten, hab ich diese Leute im Taxi kutschiert. Ich hab vieles versucht, Mappen kopiert, Akten sortiert. Auch wenn es nicht zu meinen Aufgaben zählt, hab ich meinem Chef sogar Kaffee serviert. Praktikum da? Praktikum hier? Nur leider hab ich mich bis heute nicht immatrikuliert und am Mathe studiert. Damit ich dir besser gefalle, Schatz, hätte ich alles probiert. Sie sagte zu mir, lass die anderen sich verändern und bleib so wie du bist. Das ist das, was wir nicht immer wieder hin. Bis zum nächsten Mal. Für die anderen sich erst mal wiederherum. Ich bin ganz schade. Opa! Ich bin ganz woher. Aber ich bin sehr unterschiedlich. Bis zum nächsten Mal.